willkommen hier zu einem neuen video heute soll es mal wieder um den guten vwc4 bus gehen und zwar habe ich mal so ein paar verschiedene firmen angeschrieben dachte mir so ja okay der bus bräuchte noch ein trend für die zweitbatterie in dem bus weil immer ständig das ladegerät dranhängen oder so ist einfach nicht wirklich gut deswegen dachte ich mir so ja komm schreibst du mal impuls innovation an fragst du einfach ob sie vielleicht einen sponsern zack antwort war da sie würden mir einen sponsern alles klar und hier habe ich das paket das werde ich jetzt mit euch zusammen erst mal auspacken ich bin richtig gespannt so ich habe jetzt mal eben ein messer besorgt jetzt können wir das päckchen mal auspacken müsste eigentlich gar nicht mal so viel drin sein aufkleber sein selber kabel schuhe und ich weiß nicht genau aber ich würde sagen wir packen das einfach aus und dann wissen wir es so ich mach das jetzt hier einmal hier haben wir das gute plan die selber von impuls innovation oder innovation ich weiß nicht genau hat in bei 13,3 volt also bei 13,3 volt wenn der motor an ist sollte es anschalten und wieder trennen wenn es 12,6 volt erreicht da bin ich mal gespannt wie gut es funktioniert hier steht 50 ampere drauf was irgendwas mit 50 ok ist mit der fd fallen lassen sowas kennt man auch eigentlich von dem hifi bereich bei den ganzen endstufen also da ist sowas ähnliches dabei das sieht dann halt nur meistens so aus wie das standardteil dieser anl sicherung das haben wir noch dabei auf der heckscheibe das muss ich mal gucken dann ist der karton auch schon wieder leider leer aber ich bin mal richtig gespannt wie gut das wird das problem gerade ich muss das wetter abwarten weil es ist eine mischung gestern die letzten zwei drei tage von gestern so hat es nur geschneit und heute regnet es auf einmal also die verlegung von kabel ist natürlich nicht so geil da muss ich mal gucken wie ich das mache so wir sind jetzt am bus angelangt und heute werden wir jetzt provisorisch das trennenradie verbauen wieso nur provisorisch weil der bus hat elektronikprobleme leider wie es kommen muss deswegen baue ich es nur provisorisch ein da ich demnächst komplett mal den ganzen bus von innen auseinander nehmen werde und dann mal die zentrale elektrik so gut wie versucht zu erneuern das wird doch richtig witzig deswegen jetzt erstmal provisorisch über die tür einfach verlegen und dann mal gucken ob ob es funktioniert das sollte hoffentlich reichen da steht hier in der in dem schaltplan steht 10 bis 20 quadrat kabel mal schauen ob es funktioniert also theoretisch soll es funktionieren das ist einfach von einem bereich für die endstufen das habe ich noch übrig gehabt deswegen versuche ich das mal zu verwenden dann verschiedene klemmen und isolierschutz und dann habe ich hier noch mal eine 50 ampere jetzt muss ich mal gucken da steht 50 bis 80 da steht auch 50 bis 80 keine f1 keine f2 mal gucken wie ich die platziere ich glaube die da würde hier so ein schalter hat wo man die wieder rein machen kann die kommt innen die kann man auch aus dem hifi bereich wenn man ein stufen ansteckt die verbrauche ich einfach nach hause in den motorraum natürlich jetzt gerade nicht weil ich nur provisorisch macht wie ich noch einmal angekündigt habe deswegen packen wir mal die erste sicherung auch die ganze kabel weiter in das trennenrelais rein von dem trennenrelais wieder raus geht hier wieder eine sicherung und geht ja weiter zu dem anschluss den ich an die zweite batterie anstecke hier habe ich immer noch das d plus kabel das muss ich noch gucken das ist das signal für die lichtmaschine dass das weiß dass der motor an ist jetzt verlege ich das mal kurz provisorisch noch hin steckt das alles an und dann gucken wir ob das auch läuft jetzt schrauben wir hier einmal das erste kabel an die batterie aber wissen natürlich nicht nicht falsch anschrauben sondern bloß an bloß und nicht bloß an minus irgendwie gescheit fest schrauben das ist natürlich schwer wenn man nur das alleine macht aber irgendwie geht das schon so jetzt habe ich hier unten das d plus kabel rausgesucht und mit einer wagenklemme mit diesem trennenreis verbunden jetzt kommt noch das gute gegenstück an meine batterie dann und dann heißt bus starten und gucken ob das kleine ich glaube hier müsste sogar da eine led in diesem loch hier sein verbaut sein gucken ob das leuchtet und dann mal sehen wie gut das funktioniert jetzt habe ich mir das kabel mal hinter verlegt das legen wir kurz weg das brauchen wir nicht schraube ich hier das auf auf machen ist gerade alles schwierig mit einer hand das auch einmal schon ist das ganze verbunden jetzt heißt eigentlich nur noch versuchen den bus anzukriegen und dann werden wir sehen was passiert und dann werden wir sehen was passiert da gehe ich ja immer hier rum sollte natürlich den schlüssel mitnehmen sonst wird das nichts ich wette es gibt es erst mal gewissen vorführeffekt dass der bus nicht starten wird das ist oft so keyless go ist am start beziehungsweise fast keyless go ich kann nicht einfach ganz reinatmen ich muss sie kurz das heran halten und dann kann ich versuchen zu starten so jetzt versuchen wir es mal vorglühend oder nicht wirklich weil das relais ist weg genau deswegen muss ich den ganzen bus auseinander nehmen da unten wäre eigentlich das vorglühende aber das funktioniert nicht jetzt versuchen wir es mal okay startet besser als erwartet und theoretisch sollten wir ich weiß nicht ob ein licht ist aber es leuchtet mal nicht steigen wir mal aus stecken tut alles hier steckt auch alles mal gucken ob strom durchkommt 12,5 volt in meiner anzeige also es kommt kein strom an tja jetzt ist die frage an was es liegt so nachdem das trennraday am anfang nicht ging musste ich natürlich die ursache herausfinden war an sich leichter als gedacht ich habe einfach nur die starterbatterie vergessen zu laden das relais schaltet nämlich nur wenn die starterbatterie zu 100 prozent voll ist war aber nicht der fall die hatten leichten schuss schon weg deswegen muss ich mal gucken wie das wird wenn ich auch fahr weil die durch den leichten knacks nie ganz voll lädt mal gucken ob es trotzdem funktioniert aber das seht ihr dann in den nächsten videos die kommen vielen dank nochmal an impuls innovation für das sponsoring von diesem trennraday und dann würde ich sagen sehen wir uns wieder bei dem nächsten video tschau 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 tschau